Ja, moin Leute, hier vom Forellenteich. Wir haben hier die heißesten Köder am Start. Alle sprechen drüber, wird gerade viel mit geangelt. Wir sind sofort los in Angelladen und haben die Libralors in Zaison. Was haben wir hier für Köder? Wir haben hier Imitate. In dem Fall hier eine Bienenmade. Kann man schön sehen, wie flexibel das Material ist. Lava, hier Coca-Cola und wie sie alle heißen. Es gibt verschiedene Sachen. Hier haben wir einen Wurm, Fetty Wurm. Die haben natürlich verschiedene Größen, verschiedene Farben. Sind momentan alle im Käsegeschmack hier auf dem Tisch. Die gibt es wohl auch bald mit Knoblauchgeschmack. Hier nochmal die Besonderheit. Seht ihr das, wie dehnfähig die sind? Das ist wirklich der Hammer. Kann man mehrere Forellen fangen ohne den Köder, dass der Köder dabei kaputt geht. Hier nochmal ein bisschen die dickere Larve. Ein sehr natürlich aussehender Köder und ein auftreibender Köder vor allem. Und die Besonderheit hier ist, dass man damit passiv angeln kann. Sprich, ich habe hier meine Grundmontage, meine auftreibende Montage und mache anstatt Kaste oder anderen auftreibenden Ködern einfach nur die Liebvalor. Der zweite Vorteil ist, dass der Köder sehr, sehr weich ist. Also die Forelle, wenn sie draufbeißt, hat da keinen harten oder zähen Köder im Maul. Das ist ein wirklich sehr, sehr weicher und dehnbarer Köder, der sehr gut funktioniert. Und wenn man ihn richtig auf den Haken zieht, auch mit wenig Fehlbissen rechnen kann. So, jetzt gucken wir mal rein. Ja, die Liebvalor ist ganz weg. Komplett genommen einmal. So, und jetzt zeigen wir einmal, wie wir die Liebvalors auf den Haken richtig ziehen. Gerade wenn die Fische im Winter sehr vorsichtig und spitz beißen, können wir den Haken komplett einmal bedecken. Und unten an der Spitze wieder rauskommen lassen. Seht ihr das? Dass, wenn die Fische ganz spitz beißen, weniger Fehlbisse stattfinden. Genau, so sieht das Ganze jetzt perfekt aus. Auftreibende Bienenmaden-Imitat in gelb 30 mm Käsegeruch und komplett auf den Haken aufgezogen. Unten an der Spitze die freie Hakenspitze. Das ist ganz wichtig, um weniger Fehlbisse zu kriegen. So, und das feuern wir jetzt raus. So, das war jetzt die Variante der passiven Methode. Jetzt zeigen wir euch die aktive Methode. So, jetzt nehmen wir uns die Tunksten-Head. Was ist ein Tunksten-Head? Das ist nichts anderes als ein Haken. Und hier oben den Head sozusagen, den Kopf. Das ist ein Gewicht, was den Köder sinken lässt. Die gibt es hier in verschiedenen Grammformen. Hier habe ich 0,5 Gramm. Hier haben wir 1,3 Gramm. Genau, jetzt nehmen wir uns den Haken. Wir haben uns hier für eine schwere Tunksten-Kugel entschieden. Also um die 1 Gramm. Da wir die Fische eher im tieferen Bereich heute erwarten. Es ist sehr kalt. Die Fische sind eigentlich wenig aktiv. Boons wollen wir heute weniger fischen. Da haben wir uns für die Gummis entschieden. Weil wir einen Gummi sehr, sehr langsam führen können. Ohne, dass wir da große Druckwellen machen müssen. Also wir können ihn wirklich sehr langsam über dem Grund oder in Grundnähe führen. So, wie ziehen wir das Ganze auf? So, wir nehmen uns den Köder. Ich habe jetzt hier in dem Fall den 38er Slideworm. So, jetzt nehmen wir den Haken. Ich halte ihn hier ran. Ich gucke einmal, wo da rauskommt, der Haken. Zack, halten wir das da mehr oder weniger fest. So, das ist eine ganz glitzige Geschichte hier. Die sind natürlich schön in so ein Käseöl eingetaucht. So, jetzt ziehen wir den einmal auf. So kann das Ganze aussehen. Hier haben wir eine schöne Aktion in dem hinteren Teil. Genau, und den können wir schön langsam führen. Ein bisschen schwitschen. Genau, dann nehmen wir nochmal die Coca-Cola in 42 Millimetern. Aus Käse. Zack. Auch ein schöner, schönes Imitat. Sieht verblüffend echt aus. Auch wieder sehr flexibel. Schaut euch das an. Zack, sehr dehnbar. So, den ziehen wir uns jetzt auf dem Haken. Jeder macht das ein bisschen anders, diesen Haken aufzuziehen. Ich mache das immer ganz gern so, dass ich am Ende noch eine kleine L-Form habe oder eine kleine Biegung. Zack. Der gibt mir dann noch so ein bisschen eine besondere Aktion. Man kann den Haken natürlich auch früher rauskommen lassen. Man hat dann das Ganze ein bisschen gerader. Das geht natürlich auch. Das ist jedem selbst überlassen. Wir probieren das Ganze jetzt mal so und bewegen ihn dann schön durchs Wasser. Jetzt gibt es noch eine dritte Sache. Das ist ein Tungsten-Head mit einem Shiburaschka. Seht ihr, jetzt haben wir wieder den Haken. Und dieser Tungsten-Head ist hier an so einem kleinen Wirbel befestigt. Heißt, der ist lose und gibt dem Ganzen noch eine ganz andere Bewegung. Der Haken kann sich frei bewegen, unabhängig vom Kopf. Das gibt dann noch ein paar spezielle Ausschläge unter Wasser. Wie das aussieht, das zeigen wir euch jetzt auch. So, dann schauen wir mal. Jetzt schleppen wir den mal mit dem Spirulino. Das ist das Schöne an diesem Libra-Durs. Du kannst damit aktiv und passiv angeln. Mit deinem Spirulino herziehen, mit der Ultra-Light-Route fischen, mit einem Tungsten-Head oder einem Shiburaschka. Oder einfach passiv liegen lassen. Und da aktiv hier heute sehr, sehr wenig geht, wenn wir den jetzt hier passiv gleich einmal schön platzieren. So, jetzt probieren wir nochmal den hier aufzuziehen. Habe ich hier einen Shiburaschka-Kopf mit der Tungsten-Perle und dem Haken. Den ziehe ich jetzt hier schön drauf. Gerade bei kalten Temperaturen bin ich eigentlich ein Fan von kleineren Ködern. Aber der ist so verlockend hier, habe ich selber Lust, den hat so Fisch. Genau, ich habe hier wieder diese kleine Krümmung mit drin. Wenn ich den jetzt früher rausziehe, dann wird der halt hinten ein bisschen länger. Ich nehme die Krümmung immer noch ein bisschen mit. Zack, nochmal so. So, das Ganze hauen wir jetzt mal rein und gucken mal, was geht. Beim Shiburaschka, geht auch bei den normalen, ist aber gerade bei dem haue ich immer noch so ein paar mehr Schläge mit rein. Das lässt den Köder richtig schön ausschlagen. Gibt nochmal einen schönen neuen Reiz. Ja, wir sind ja Ultra-Light-Fans, also lassen das auf jeden Fall nicht unversucht. Genau, heute haben wir gesagt, wir wollen ganz, ganz langsam in Grundnähe mit dem Gummi angeln. Gummis eignen sich im Winter eigentlich ganz gut, weil wir die ja schön langsam führen können. Die Profi-Ultra-Light-Angler werden es alle wissen. Aber für die, die gerade einsteigen oder zum ersten Mal Ultra-Light angeln wollen, ja, im Winter sind die Fische weniger aktiv. Der Stoffwechsel fährt runter und jagen ist jetzt nicht so unbedingt das, was sie machen wollen. Ja, schaut euch auch unbedingt dazu mal das Winterforellenangeln an. Da haben wir ein schönes Video zugemacht, wo wir das genauer erklären, welche Besonderheiten im Winter am Forellenteichen herrschen. Genau, jetzt führen wir das Gummi schon langsam, twitchen das hier immer so ein bisschen, also machen immer so leichte Schläge in die Spitze rein, also in die Rute rein, hier in die Sehne. Das lässt den Köder unter Wasser schön hin und her springen. Und das Ganze mache ich wirklich hier in Zeitlupe. Ganz, ganz langsames Einholen, genau, dass die Forelle nicht groß kämpfen oder hinterherjagen muss. So, jetzt geht es um die richtige Verstauung. Kein Mensch hat Bock, so viele verschiedene Köder mit ans Wasser zu nehmen. Ich habe hier 1, 2, 3, 6, 7, 8 verschiedene Farben und Größen jetzt mit am Start. Ich habe mir gedacht, wie können wir das ganze Thema vereinfachen, dass ich möglichst wenig mit ans Wasser nehmen muss und kann diesen permanenten stinkigen Geruch möglichst eindämmen. Ganz einfach, ich habe hier eine Box genommen, die habe ich im Internet gefunden, in einem der Angelleden, verlinke ich euch nochmal. Einmal die Dose für die Köder, die schon gefischt worden sind und einmal die Dose mit den neuen und berührten Ködern. Das Ganze sieht dann so aus, wir haben hier eine Dose mit so einem Geruchverschlussdeckel, also wirklich, ich kriege den richtig gut zu, den Deckel. Und kann mir sicher gehen, ich habe es jetzt ausprobiert, wenn ihr das nicht jetzt immer mit euren Käsefingern sozusagen angrabbelt, habt ihr überhaupt keinen Geruch im Auto und auch in eurer Angeltasche. Und habt einfach die Köder gut verstaut, wie man hier sieht. Ich habe jetzt hier alle zusammen gemixt. Schön gemischt die ganze Geschichte, dass ich von allen Farben und allen Größen ein bisschen immer was da habe. Ich habe jetzt von jeden 3 bis 4 Sorten mit sozusagen. Das reicht vollkommen aus. Ihr werdet sehen, meistens fischt ihr mit einer Farbe, die dann selbsthängig ist an einem Tag. Und eine Libra Loa reicht ja für bis zu 10 Forellen, denke ich mal locker aus. Ich habe mit manchen auch schon mehrere gefangen. Die sind wirklich sehr, sehr belastbar. Ihr könnt sie immer wieder auf dem Haken aufziehen und wenn der nicht angerissen oder durchgerissen ist, dann haut den wieder rein. Ich habe jetzt hier so einen Chivoraschka, zack, so einen flexiblen Kopf. Ja, da habe ich jetzt diesen Springworm hier, den dicken, wie heißt der Worm, den Fetty D-Worm. Damit habe ich gerade eine schöne dicke Forelle gefangen. Das seht ihr in dem nächsten Video. Das musst du anmachen. Das Video, was ich hier geschickt habe, damit habe ich die nämlich gefangen. Und dann nehme ich den sogar so raus. Da ist die komplett zerfetzt. Der Haken, der Haken ist verbogen. Der Haken, Schenkel ist richtig verbogen, zeige ich im Video. Musst du dir angucken und dann nehmen wir das als Überleitung. Das Video, was ich hier geschickt habe.